Da kommen noch zwei hinter dir, hinter uns. Oh, ich hab die alte. Jetzt sind drei Leute hier, vier Leute hier. Ich hab drei Leute geholt. Oh nein, ich hab drei Leute geholt. Oh shit. Hallöchen zusammen und zu... Herr Hallöchen. Zu einer Runde... Versprochen zu einer Runde... Survival Games mit Marcel. Der Kartoffel. Kartoffel. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Mit der guten, guten Kartoffel. Gute alte Kartoffel. Der Opa. Eine liebenswerte Kartoffel. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh, ich bin direkt ins Wasser reingefallen. Ja, ich auch. Aber ich snack mir was. Ah, ach, 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 ach. Ach Mist. Ich hab ein Brot und Kettenhemd. Ah. Mir wirklich klappt. Oh, leck mich doch im Arsch. Ähm, wir spielen auf gommelhd.net. Und... Was? Ähm... Survival Games, genau. Ich hab grad vergessen, was wir spielen. Du hast mir nicht weggeklaut, ich meinte. Okay. Brauchst du Schuhe? Äh, ja. Warum nicht? Ja, warte. Warte. Warte, warte hier. Warte, wo? Max. Wow. Ja. Gott. Warte, ich hab zwei Schuhe, aber ne. Okay. Rennen wir. Kennst du die Map? Ich bin nicht so oft aufkomme. Ich auch nicht. Hm. Egal, rennen wir. Nur wenn ich aufnehme. Mal gucken. Da unten ist ne Truhe, aber die war schon ausgeleert, weil da grad einer weggelaufen ist. Ich geh mal nach oben hier. Jo, ich komm mit. Also, hast du Rust eigentlich? Rust? Rust? Was ist nochmal Rust? Das wollte ich mir eben erklären. Äh, dieses, ähm, Survival-Spiel. Das man so auf ner Insel und Häuser bauen sonst. Nee, ich kenn nur, ähm, The Forest. Ach so. Wenn das so ähnlich ist. Ja, ist so ähnlich. Ähm, ich bin hier oben drin, ne, in diesem Haus, aber hier ist halt so nicht. Okay. Da ist ne Truhe. Äh. War da hochgeklettert? Oder warst du gerade auch schon? Ja. Ich hab dich glaub ich gefunden, oder? Ich bin unten. Ich bin oben. Hö. Hä? Wo bist du? Warte, warte, ich bin grad in einem Turm. Ah, ich bin auf der Windmühle. Ah, da unten bist du. Hä? Welche Windmühle? Windmühle. Aufm. Oben. Obendrauf. Ganz oben auf dieser Windmühle da. Ja, siehst du mich? Ich höpfe. Oh, ich bin grad angestupst. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, hier war's schon. Ah. War schon jetzt. Oh mein Gott, wir haben das schlechteste Equipment, was es gibt, alter. Scheiße. Ich hoffe das. Oh Marcelo. テische ein Nick... Danke, meine الله. Oh Mann.... Wo bist du? Ich bin hier unter der Windmühle direkt. Ok. Jakg! Ich... Wir haben uns komplett verloren. Wir sind sinnlos. Wir sind enorme. Wir sind verloren, hoffnungslos. Oh da ist ein Gegner! Ah, da bist du! Was hab du berührt? Määäh! Hätte ich dich jetzt getötet, ne? Ich hab gewohnt nichts mehr. Da ist ein Typ. Ja, wo? Oh, jetzt mit Ruhe. Und da ist der Typ. Da ist nichts drin. Vor uns ist auch einer. Und er hat ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Wo? Warte, ich schieße ihn ab. Komm. Er hat Angst vor uns. Er hat ein Eisenschwert. Wow. Er ist tot, er stirbt. Ja, ich hab ihn. Guck mal, ich hab noch ein halbes Herz, Alter. So, warte, hier, du kriegst erstmal die Eisenachst. Huch, da. Hast du Steinhaxt, oder? Nee, ich hab jetzt was. Ich hab einen Pfeil. Hier hast du acht. Steaks, hinter dir ist einer, hinter dir ist einer. Ach nee, der kommt da grad hoch und klettert. Warte, die Steaks. Hast du? Ja, die Steaks hast du. Ich hab ne Hose, ich hab noch nen Helm, ich hab noch Schuhe. Ran weg. Ah, nein. Ich will nicht sterben. Schau dich. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich muss schon wieder essen. Nein, komm mit. Renn einfach. Ich will nicht sterben. Mit, wir reden ihn. Ich renne, ich renne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, cool. Er kommt, da ist er. Hinter mir direkt. Er kommt dran. Er kommt im Wasser, er ist im Wasser, er ist im Wasser. Au. Hast du mich grad getroffen? Ja. Ist voll vor mich dran. Oh mein Gott, nein. Ich hab noch ein halbes, ich hab noch ein Herz. Oh mein Gott. Okay, ich hab noch eins drin. Oh shit. Nein. Nein. Never get me alive. Oh fuck. Scheiße. Und auf der anderen Seite sind auch zwei. Okay, ich geh zu denen die uns getötet haben bis jetzt. Ah. Ich nehm euch mit. Ach scheiße. Oh man, von allen Seiten. Die wären beide auf mich gegangen, das ist klar. Okay, gut. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer Runde Survival Games mit Marcel oder Lovey Potato. Hallo. Ah, Kartoffel. Und Knaff, HD und Map, weiß ich nicht. Äh. Hörst du die Map? Keine Ahnung, nö. Ne Gebar. Jupp mich nicht. Ist mir egal, ist mir egal. So, komm. Zwei, eins und. Diesmal können wir auch nicht ins Wasser springen. Oh, Steinschiff. Ich hab gar nichts bekommen. Außer zwei Steaks. Hast du das Steinschwert? Ja. Ich bin direkt umgedreht, ne? Jo. Okay, ich komme. Oh, i bitte nicht. Was ist? Du sollst nicht kommen. Äh. Ja. Komm, wir werden noch irgendwelche Thronen sein, oder? Schutzzeit ist schon vorbei. Also hier ist noch niemand. Und hinter uns ist auch niemand. Ja, gut. Aschgut. Okay, gehen wir zu dem Turm da oben. Rechts. Aber wahrscheinlich ist dort was. Welcher Turm? Äh, da oben. Auf dem Hügel. Oh, da kommen zwei. Drei. Kommen da. Warte, warte, warte. Warte. Ich muss den... Warte, ich hab noch was für dich. Ich hab den noch nicht gegeben, hier. Ja. Danke. Komm, die können wir ficken. Die haben gar nichts, die Typen. Okay. Warte. Oh, ich hab noch Schuhe und Eisen und ein Goldschwert. Okay. Die kriegen wir. Jo. Hast du, willst du die Axt wieder haben? Ne, ne, ich hab ihn im Stein Schwert. Achso, gut. Ja, wenn er kriegt's. Hab ihn. Sehr gut gemacht. Ich hab ihn heim geklaut. Ich hab ihn ja gleich. Wenn der Name ist. Ja, das wird Zeit. Okay. Gehen wir die erstmal kaputt machen. Die sind ja easy going, Alter. Ja. Ja, ich steige jetzt. Dreier-Teams und haben nix. Mhm. Immer am besten. Komm her, du. Ja, die haben immer so Kleinigkeiten. Und wenn man die alle zusammen hat, dann bringt das meistens sogar was. Ja. Zack. Nein, ich komme. Ich rette dich. Okay, gut. Ich hab einen Goldapfel. Cool. Oder hier, nimm du den Helm. Ah, ja. Egal, nimm du, weil ich hab Stein Schwert. Willst du was zu essen? Ne, ich hab genug. So, weiter geht's. Ach, wollen wir mal nach unten? Da unten sind welche. Ja. Wenn wir hier runter gehen, ja. Also ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Hier unten ist gar nix. Okay, ne. Entschuldigung. Egal. Ich hab mich eben verguckt. Aber hier hinter geht's weiter. Ja. Aber ich glaub, die waren halt auch eben grad. Hier ist aber keine Kiste drin. Es ist so dunkel. Ich seh gar nix. Ich komme! Ich hab nur eben ganz weit weg unten welche gesehen. So nahm Huch. O.K. Gesundheit. Danke. Witte. Ich bin hier oben. Oh. Ich bin hochgegangen. Ah, da. Also oben. Hier drüben sind nämlich viele Häuser. Vielleicht können wir hier mal was, vielleicht finden wir da was. Wenn nicht andere schneller waren. Jo. Zack, und er ist mal voll auf die Fasse geflogen, du. Ja. Wir gehen da lang, genau. Das ist hier der Spawn? Nö. Friedhof. Hier ist ein Jump'n'Run, oder? Wo? Hier. In dem Haus, wo ich drin bin. Mal gucken, was mich hier oben erwartet. Jo. Ach. Nein, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Ich war an der Treppe. Wetten, da oben sind so richtig epische Sachen. Ach komm, ich bewach die Tür. Ach, was ist das? Achso, ich dachte, wir sind schon da. Okay. Ich wäre fast da. Oh, Alter. Ich habe den letzten Jump leider nicht geschafft. Ja, zur Treppe. Jo. Nächster Versuch. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Okay. Schaffst du das? Okay. Ja, ich bin oben. Ja. Wow. Hier ist nichts. Ja? Oh, das ist gut. Das ist natürlich beste Voraussetzung. Ja. Das ist einfach. So ne Scheißverarsche. Im Brunnen ist bestimmt was. Glaubst du? Ja, da. Ah. Ah ne, hier ist nur ein Loch. Da ist keine Kiste drin gespawnt. Schade. Dahin sind zwei Leute. Wo? Oh shit. Weg, weg, weg. Was haben die? Weg, weg. Äh, Eisenrüstung. Öh, haben sie ein Schwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In den Wald, links, rechts, gradaus. Ich gehe nach oben. Ich gehe den Weg lang. Wir dürfen uns nicht verlieren. Okay, er habe mich getroffen. Ach du bist es nicht. Wir haben mich auch. Bist du tot? Ne, ich lebe noch. Ich habe jetzt mein Goldapfel gegessen und jetzt komme ich gleich wieder. Okay, ich bin jetzt tot. Oh Mann. Ist das nicht gut. Lebst du noch? Ja. Aber auch nicht mehr lang. Oh, ich gebe dem Arsch. Okay, du bist jetzt auch tot, ne? Jo. Hallo. Es geht weiter. Hallo. Oh, guten Tag. Oh, hi. Oh, habblablablablablablablabla. Oh, okay, du gehst rechts, ich gehe geradeaus. Ne, du gehst. Okay, okay. Jo. Okay, wir rennen hinter uns, ne? Ja. Wir hüpfen über die Lianen. Lol, das ist gerade eingewachsen. Über die Lianen. Ich laufe einfach geradeaus erst mal. Ich auch, und dann hinter uns, meine ich. Ich habe einen Eisenhelm, eine Holzaxt. Bogen. Steinschwert. Ne, habe ich nicht gekriegt. Schade. Buhsteinaxt und Holzaxt und einen Bogen. Ja, Bogen ist gut, weil, äh... Easy going. Da ist eine Kiste. Wer bist du? Ach, der da. Warte, ich habe noch was für dich. Ach, du hast schon. Bist du eine Axt? Ne, habe ich eine. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Willst du den Bogen? Oh, bist du. Da bist du. Ne, ne, ich habe zwei Pfeile für dich. Warte. Huch. Warte, behalt mal. So. Willst du die Angel haben? Ne, ne, alles gut. Hab ich selbst. Und ich habe die Pfeile wieder. Oh, was ist hier oben schönes? Außer ne schöne Aussicht wahrscheinlich. Gar nichts. Oh, hier ist ne Kiste. Mal gucken. Ja. Ja. Oh ja. Hier ist vier gewesen. Goldschwert. Da außen sind Leute. Können wir die kaputt machen? Ja, natürlich können wir die kaputt machen, Alter. Die machen alles kaputt. Das, was sie bewegt. Komm mit. Da lang. Können wir die da, oder? Warte. Wo ist ein guter? Die da. Dahinter. Ich komme. Ich komme, komme, komme. Warte. Oh mein Gott. TNT. Wuck, wuck, wuck. Da kommen noch zwei hinter dir. Hinter uns. Oh, ich hab die alte. Oh. Jetzt sind drei Leute hier. Vier Leute hier. Ich hab drei Leute geholt. Oh nein, ich hab drei Leute geholt. Oh shit. Bist du tot? Ja, und dann bin ich gestorben. Dann kam der vierte. Also irgendwann ist für mich auch Ende. Ja. Wo bist du? Da bist du. Alter, die einfach alle auf mich einhacken. Na gut. Du bist auch tot? Ja, jetzt. Schade, gut. Hm. Das ist schade, das ist schade. Aber ich hab vier Leute geholt, oder drei. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht mitgezählt. Werd ich nachher in der Aufnahme mal gucken. Jo. Na. Gut. Dann würd ich sagen, äh, war's das für diese Folge, oder? Ja, ne? Na gut. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.